Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hi, Guys! Hi! Priority! Luca, kommst du mit? Ich lege dich mit. 14 Mal aus. Ich habe gerade die Sicherung getriert. Die anderen haben mich verschoben. Ich mache das jetzt mal ein. Luca, ich bin nicht mehr in dieses Dich. Der Rest vom Haus hat Strom. Das heisst, das ist noch die Sicherungssicht. Der hat sich nicht hochbraten. Wie läuft der Scheiss? F41 gestossen. Wieso kann die Scheisse raus, Mann? Das ist uns schon mal passiert. Aber dann ist sie uns etwa viermal rausgekommen am gleichen Abend. Das war nicht der Richtige. Oder ist sie schon wieder draussen? Hä? Irgendetwas ist nicht eingesteckt. Irgendetwas ist... Kaputt! Irgendetwas ist dadurch noch nicht gut. Sobald ich das hier reintun, klatscht es wieder raus. Was haben wir eingesteckt? Das finden wir jetzt gerade draussen. Das ist gar nicht mehr eingesteckt. Mein Handy ist hier gesteckt. Nein, ich habe das alles ausgesteckt. Mal dürfen wir reden. Bist du am Filmen? Mecca Bar. Ja, das ist Mecca Bar. Ja, das ist Mecca Bar. Bist du am Filmen? Nein. 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 Es soll auch stellen. Follow her on Instagram. Let's go to Coachella. Coachella. No. Nice. Skyfest. Cookie, Coachella. Yes, Coachella. Coachella. Come on. Because of the vibe. Because of the vibe. And the money. And the viber. The vibe and the wibers. The wibers. Wer kann? Booty touch. Booty touch. Booty touch. It's not my thing. It's not so my ass. Booty touch. Booty touch. Booty touch. Booty touch. Ja, das ist ... Du kannst aber ein bisschen Sticks jonglieren oder so. Du kannst aber auch noch ein Time-Lapse machen. Sticks jonglieren? Ich kann so ein Klau-Finn und drehen. Sticks jonglieren? Du kannst auch ... Du kannst auch ... Du kannst auch mit dem Luka sagen, wie ich euch sagen. Da kommt es einfach so in die Hunde. Vor der Tür! Ich weiss ganz genau, dass die Legs sind Koks. Ich weiss ganz genau, dass die Legs sind Koks. Wohin? Nein, sie hat gesagt, ich koks die jetzt in die Linie. Ja. Haltet die Schnur und schnupft! Brrrr! Drück dich! Filmst du den jetzt schon? Oh Mann! Jawohl, du bist ein Sauhüt! Okay, um es aufstellen. Dreh deinen Schein und du kannst dich auf jeden Fallgegen. Ich hab' den Mann erst mal fast dieника. Es gibt sicher 1000 XLR-Kabel! Wir hätten mehr Rocky, bitte! Ich muss feine Bewegungen machen. Kopf ab! Bewert ein Song. Ja, muss noch ein Song. Fuck, das geht nicht. Hattet ihr vorher auch noch ein Treffen dabei? Nein, ja. Nein, willst du jetzt zuhören? Du warst die ganze Zeit im Dreisposten. Also, hör jetzt zu. Wenn du so ein Ding hörst und du nicht über einen Verstärker mit einem Lautsprecher spielst und sie... Leute, fangen wir an! Yeah! What did you do? Just tell me what you did. Da hat es einen Button, der heisst Caps. Los! Los! Okay. A 32 kg von der Body throw up Gasoline. Kannst du euch was sagen, wenn ich 25 Sekunden kriege? Ja.